Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play. Komm, das war Global Office. Warum vergiss ich das immer wieder? Wir spielen eine kleine Runde Wettkampf und mal gucken, wie ich mich hier gerade so schlage. Ich spiele das nicht wirklich sehr oft. Eigentlich gefällt es mir, aber ich spiele es halt einfach nicht so oft. Wettkampf mag ich eigentlich relativ, deswegen spiele ich das jetzt einfach mal. Mal gucken, ob wir hier vielleicht sogar als Sieher vom Platz gehen. Oh, gleich mein Headshot gedrückt. Ach, wo seid ihr? Da ist einer, der läuft da im Haus noch. Hey, haben wir Mütterwisch. Oh Gott. Alles klar, haben wir schon mal unsere erste Waffe. Also die zweite Menge gesagt, unsere erste gewechselte Waffe. Oh Gott. Alles klar, wurde ich von der Seite weggeholt. Ah, Leute. Ich muss ja auch was reißen können, ja, oder? Ja, wie seid ihr? Komm, komm doch. Na, Freund. Mann, ey, ich kriege hier keinen. Ich war immer bei der zweiten Waffe, Freunde. Da war der lauter einer, oder? Ey, das gibt's nicht, ne? Komm, in der Luft, in der Luft. Hop, 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 hop. Bam, in your face. Ja! Ja, ey, ey, ist der der gespawnt gerade? Jo, wahrscheinlich. Gucken wir mal einfach mal durch, wie schlägt's. Komm her, Headshot. Ja, der gibt ja mir einen Headshot, weißt du? Alter. Hey, good shot. Danke. Jo, Leute, Mann, wo campen die denn noch? Da oben war der Bastard. Wahrscheinlich, Alter. Ja, good kill, Mann. Smolga, oh, jetzt sind wir ein guter Kill. Ja, hätt's ja mal sagen müssen. Ey, habt ihr gesehen? Ich verstehe wahrscheinlich dieses Spiel nicht. Was würde wohl Biroxa sagen? Low action. Okay, das war jetzt echt, um das... ...schon wieder vom Gleichen, oder was? Oh, das war... ...einer von mir? Ich bin doch immer bei dieser Scheiß-Waffe, ne? Zack, Alter. Zack, Alter. Ich hab mir einfach nicht geholt. Oh. Alles klar, verstehe. Ich kann ihn nicht mal von der Seite holen. ... Okay. Mit der Nova? Ey, der wird's aber peilig. Ich jammer. Jetzt wird's peinlich. alles klar aber ich bin auf jeden Fall nicht ganz so schlecht wie ich mir hatte ja Gott der holt mich von der Misse meine Fresse soll man sich nicht so anstellen wahrscheinlich wir hatten beide die gleiche Waffe boah fick dich hier wie lange die zum Nachnamen braucht jöö der hat mich nicht gesehen alles klar jetzt ohne Spaß was ey ist der froh dass man nicht die scheiß Killcam sehen kann der habe ich auch nicht gesehen die alle um die die eine Sekunde früher hätte die mal erschossen erschießen können yo angehittet ist klar ja komm nach klar ich hab ihn doch drauf Leute ey Leute ne da steht einer da steht einer jetzt klaut er mir den Kill alles klar ich will den da holen der kommt ja schon wieder von hinten meine Fresse ey jetzt kommt er vor mir Leute mann Alter ey komm ey ein Schuss im Brustkorb alter gut er hat nur den Schuss letztes Jahr ne was ist der noch immer da rum ist der noch immer da rum sag mal ist die eine so inkompetent um hier nach uns zu holen oder was der gammelt ja schon die ganze Zeit da ich will grad sagen ne also Leute ich bin an den Punkt da weiß ich nicht mehr was mein Leben für ein Sinn hat ja schieß mich an hier jo alles klar alles klar und jetzt holt er mich 1927 was ist da los was ist da los mann mit dem scheiß MG bin ich ja nicht schneller ist das echt stirbt doch so ey diese Waffe werden eh verkacken Alter oder waren wir der die gulden im Messer hatte ich hab kein Plan so bei denen er mit dem Schuss habe ich auf jeden Fall hier Prozent geschafft dass unser Team gewinnt um nicht nur zwei Waffen vor nur drei Waffen vor die altes liegen Messer ich war schon mal ein Goldmesser die Betonung liegt auf so ist jetzt noch kurz raus hier wenn euch das Video gefallen hat meine Freunde dann lasst doch einen Daumen nach oben da ich bin ziemlich ausgetaakt wahrscheinlich moogt mich einer gerade im TS aber egal na gut wenn ihr mehr davon sehen wollt wenn ihr mehr davon sehen wollt dann ja wie gesagt lasst Kommentar da oder macht doch bitte einen Daumen nach oben bis dahin und ciao also die skr sch spe